Musik Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Guckenmusik und Fasnachtsküchli sind ja in den nächsten Tagen und Wochen wieder hochaktuell. Fasnachtsküchli hat man ja früher praktisch in jedem Haushalt noch selber gemacht. Und warum man in bestimmten Gegenden noch Knieblätze hat, das kommt davon, weil man es eben über dem Knie in diese typisch runde Form gezogen hat. Aber so einfach, wie das bei der Angele ausgesieht, ist es eben nicht. Darum sorgen, dass in der Cobbäckerei Maschinen, die von früh bis spät im Einsatz sind, um die enorme Nachfrage während dieser kurzen Zeit bewältigen zu können. Aus traditionellen Zutaten wird der Teig geknettet und anschliessend in mehreren Arbeitsgängen hochdünn ausgewalzt, dann blitzschnell ausgestanzt und im heissen Fett knusprig gebacken. Jetzt werden die Fasnachtsküchli noch mit Puderzucker verschönert und von Hand sorgfältig zusammengedreht, damit sie nicht verbrechen. Falls Sie jetzt Lust bekommen haben, die Fasnachtsküchli wie Angela selber zu machen, probieren Sie es doch einmal. Problemlos und sicher fast genauso gut sind allerdings die, die Sie jetzt bei Cobb kaufen. Und jetzt verraten Ihnen die Studioküchli... Ich als Baslerer, ich zeige Ihnen heute eine wehrschhafte Berner Platte, die auch unsere Fasnachter nicht verachten wollten. Der Jahreszeit entsprechend nehme ich die Ölbohnen und lasse sie in viel kaltem Wasser 10 Minuten kochen. Im heissen Fett ziebeln und Knoblauch adämpfen, die abgetropften Bohnen dazugeben und zudeckt 10 Minuten mitdämpfen. Dann ein Stück grünen oder geräuchten Speck und ein Stück geräuchten Schweinshals dazugeben. 40 Minuten zudeckt weiterkochen. Während dieser Zeit Herdtöpfel vierteln und zusammen mit einer Zungenwurst auf die Bohnen legen und noch einmal 30 Minuten kochen lassen. Die Bohnen und Herdtöpfel in eine vorgewärmte Platte anrichten, das Fleisch tranchieren und die Wurst auch und die Berner Platte schön garnieren. Wenn Sie das neue Rezept noch einmal nachlesen möchten, das steht in der Coop-Zeitung und morgen der ganzen Tag im Teletext, Seite 270. Soviel für heute aus dem Cobb-Mittwochstudium. Danke fürs Zuschauen. Aber achtet Sie jetzt noch auf das Coop-Aktionsangebote, das wir Ihnen gerade anschliessend zeigen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 11 Vollwäschmittel in den Grosspackungen, 3.50 Franken günstiger. Zum Beispiel Omo statt 18,50 nur 15 Franken. Teddy-Mat-Konzentrate statt 15,50 nur 12 Franken. Drei Dosen geschälte Tomaten San Marzano statt 2,40 nur 1,50. Knorrstocki 3 mal 3 Portionen statt 3,95 nur 3,20. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Kochbutter 250 Gramm statt 3,40 nur 3 Franken. Bananen per Kilo nur 1,40. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017